Die eigene Existenz verliert jede Bedeutung. Man ist wie ein Sandkorn, man liegt da eben unter diesem klaren Himmel, die Milliarden von Sternen über sich, außenrum 360 Grad, leere Weite, die nächste Ort, jetzt nicht Hauptstadt, tausend Kilometer entfernt Luftlinie, eine Woche, zehn Tage Fahrerei durchs Gelände, um überhaupt hinzukommen. Und wenn man da dann eben manchmal, was ich eigentlich schon lange auch nicht mehr mache, Kurzwellenradio hört, und man hört sich, worüber sich der Rest der Menschheit natürlich zum Teil auch völlig berechtigt das Leben schwer macht und sich zerstreitet, und das verliert dort jegliche Bedeutung, das ist richtig absurd. Auf der anderen Seite gewinnt das Leben auch unglaublich an Bedeutung, und wenn dann kommt, also ein Morgenmann steht auf, und wir schlafen immer am Boden, im Schlafsack, auf so einer Matte, und dann kriecht da so ein Skorpion raus, der sich eben versteckt hat vor dem Sandsturm in der Nacht oder sonst was, dann wird man nie auf die Idee kommen, den zu töten oder so, sondern nicht mal wegzuschubsen, sondern sagt man auch so, na, guten Morgen und so, weil eben jedes Leben eine unglaubliche Bedeutung hat, und wenn es nur eine Termite ist, oder ein kleines Pflänzchen, was sich irgendwo bildet, oder ein Wassertropfen, dass man merkt eben, wie wichtig nur ein, zwei Liter Wasser sind, die einem trennen von Leben oder Sterben. Und dann kommt das Leben ein, zwei Liter Wasser, und dann kommt das Leben ein, zwei Liter Wasser,